Guten Tag, Sie bauen eine Brücke, bist du sicher? Die Energie ist zu stark, um sie zu leignen. Ist sie gut? Die Energie? Ich kann das nicht sagen, aber ich weiss, dass es wichtig ist, dass wir auf diese Seite gehen. Dann werden wir es herausfinden. Je mehr ich meditiere, desto mehr denke ich, dass du dich uns anschliessen musst, wenn wir den Fluss überqueren. Ich weiss nicht so viel über die Geister, aber ich vertraue Woha. Wenigstens reisen wir dieses Mal nicht für eine ganze Saison. Vielleicht will Patscha uns dorthin rufen, um neue Farben zu finden. Ein Mädchen darf doch träumen, oder? Auf dieser Seite des Fluss gibt es jede Menge Zeugen. Aber wenn Jin sagt, wir brauchen eine Brücke, dann baue ich sie. Ein Bowschen. Muschel. Hey Krah, hast du meinen Hammer? Die ist nicht rum. Am Arbeitsplatz. Yvonne und ich sind ein tolles Bauteam. Sie greift durch mich nach Sachen und ich mache sie. Jeldroth schlafen. Als ich so alt war wie Atta, bin ich nur Jeldroth gefolgt. Ich wollte genau wie er sein. Hier ist ein neues Website. Ich habe es hergestellt. Wird es... Da ich es hergestellt habe, wird es viele Jahre halten. Juhu. Axt. Die Frau Holz. Okay, ich komme zurück. Das ist ein lustiger Krankmal. Man muss einen Felsen zerbrechen, um ihn stärker zu machen. Ja. Aber meine Wölfs hat noch etwas anderes bekommen, ja. Wir streicheln sie ja jeden Tag. So, 15. Das reicht. Hauen. Mal zusammen. Erst stellen. Jetzt habe ich schon wieder nicht mehr genug Punkte. Die sind ja auch später. Und ich rede mir beide mit Tanzen. Aber Steve versteht tatsächlich, was sie sagen. Alle ernten. Forschen. Das ist der Aufmerksam von wir Wombles. Ich überlege mal, was Pflanzen am besten wachsen lässt. Lach nicht, falls du mich zu ihnen singen hörst. Idee Baumschule. Okay. Peace. Kann ich diese Steine da noch setzen? Oh. So. Zusammen. Habe ich eigentlich schon gewässert? Nein. Ich habe noch nicht gewässert. Pflanzenkenntnis gestiegen. Kenntnisse über Karotten sind jetzt auf 2 gestiegen. Automaten. Ja. 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 Und besser. Ich glaube, ich mache mir nachher einen zweiten Brunnen. In einen Tori. Craft me. Die Karotten behalten wir noch. 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 Ich kann mit dem Gürtel noch nicht leisten. Ich brauche 500 Donations. Die Karotten behalten wir noch. Die Karotten behalten wir noch. Wenn wir rauf in den Wald fischen, dann sind wir wieder auf den Wald fischen. Und hinter sich. Können wir hier fischen? Ja. Fischi, fischi. Was bist denn du für ein Fisch? Weg. Ja, 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 ja. Ja, hier, Fischi, du hast keine Pässe entdeckt. Ja, ja, ja. 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 Ja. Oh, das ist auch gut, du hast Bohnen entdeckt. Oh, da ist viel besser als ich da bin, was zu finden, was wir brauchen. Aber ich mache es gerne, auch wenn ich nur ein bisschen helfe. Ich habe das auch gerne. Oh, das ist ein bisschen. Bohnen. Ja nun, passen wir rubeee Ich bin schon ein Kacka-Buch, das ist schon ein Kacka-Buch. Ja. Ja. Dari. Drop und Ron sollten mehr zusammen sein. Ron ist so süss mit Ries. Die Proportionen sind das Geheimnis für ein hervorragendes Essen. Einige unebene Felsen auf dem Weg haben mich bestört, also habe ich sie repariert. Nein. Niemand will mit mir tanzen. Ich kann ja mit den Karotten etwas kochen. Ich frage mich, ob es noch mehr von diesen violetten Wurzeln im Wald gibt. Ich habe gehört, dass Grob einen Baumstamm auf jeder Schulter tragen konnte, als er jünger war. Im Klang zu helfen ist das Wichtigste, was jeder von uns tun kann. Ich bin keine gute Köchin, also packt mir meine Oma eine Mahlzeit ein um, wenn ich zum Tischen rausgehe. Das war sehr nett von dir. Ich wollte nur sagen, dass du heute fantastisch aussiesst. Wie stehst du zu Kräutli? Es ist okay, danke. Als ich so alt war wie Atta, bin ich nur verloren gefolgt. Ich frage mich, warum manche Pflanzen jedes Jahr neu wachsen, während andere wie Bäume nachwachsen. Ich frage mich. Ah, alle Fische. Okay. Gebratener Fisch. Neues Rezept. Alle Ernten. Okay. Ich vermisse. Das ist das. Ich vermisse. Ich vermisse. Ich vermisse. Mein Hör. Ich vermisse. Ich bin der Dann füllen wir den Fisch. Damit ich da auf die 500 kommen... ...gemischt der Salat. Okay. 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 Bishima no Aipatrushin Aipatrushin Geh weg Aipatrushin Jetzt sehen wir ausgebauern Habe ich da noch Platz Für Bohnen? Nein So Omi und Opi sind schon im Bett Ja und Gute Nacht 8000 434 Bye Körn Gute Nacht